Es geht heute zu einem neuen Livestream und heute zeige ich was euch, was sich so verändert hat und wir machen ein paar Aufgaben. Wie ihr seht, habe ich mir einen neuen Skin geholt. Das ist der Farbbomber Skin. Und ich bin ein paar Levels höher gekommen. Ja, es ist zwar nicht so viel, aber es ist Showtime reingekommen. Man muss auf jeden Fall 50 Matches spielen. Wenn man unter den Top 100 ist, dann bekommt man so ein besonderes Spray. Wenn man 100er Platz und 75er ist, dann bekommt man 7500. Und darunter, es gibt sehr viele. Und der erste Platz bekommt 5000, ja 5000, 500, 500, 50.000. Ähm, ja, auf jeden Fall es gibt viele Preise. Ich würde mal sagen, wir spielen 50 gegen 50. Ja, und ich gucke auf den Chat. Bum, 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 bum. Und man hat halt für die Showdown nur 4 Tage, jetzt nur noch 3, glaube ich. Ja, glaube ich. Auf jeden Fall ist es mega schwer. Also schaffen nur YouTuber. Erstmal ausschalten. Ja, grüßt euch mal, grüße, grüße, grüße gehen raus, man. Grüße gehen raus an M. Lesnach. Ja, Lesnar? Keine Ahnung. Sorry, der nächste Falschaussprecher. Ja, ach, nee, dass du Felix heißt. Okay, dann mach ich so. Grüße gehen raus an Felix. Besser. Du musst jetzt machen, besser. Nein! Ich hab's nicht mal gesehen. Oh mein Gott. Jagdgewehr. Ja, besser, ne? Besser. Boah, ich geh jetzt mit so einem blöden Gewehr in die Zone. Wow. Ding. Folgt mir auf Instagram. Oh nein. Nein! Oh mein Gott. Ich hab's schon umgeschaltet und es schießt. Auf jeden Fall. Wo Ennis und Julius bleiben, keine Ahnung. Diese, diese Beep. Die haben mir noch was zu schulden, diese Beep. Nein, wie? Nein! Oh mein Gott! Hier schalte ich mit. Wie? 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 Boah, ist das der Ernst? Ich bekomm kein Leben dazu! Hacker. Hacker. Bin ich. Nein, ich bin mein Glitcher. Ich weiß aber... Sie schulden mir... Weißt du, was sie mir schulden? Ehre schulden sie mich. Ehre. Ehre. Folgt mir auf Instagram, da heißt sie Pushy TV. Alles klein. Mann, bau doch weiter. Kein Bock, ey. Nein, du baust es nicht ab. Ich kenn deine Tricks. Du kleiner... Carbon. Bratan! Nein, Bratan! Ey, weißt du, diese Bratans, ey. Ähm. Oh, wenn du kein Insta hast... Keine Ahnung. Ähm. Dann sag ich mir nur... Hol die Insta! Es wird dir nix schaden, ey. Mega geil. Mega geil. Ich wollte Trickshot sehen. Wenn ich ihn jetzt... Nein! Ich hab ihm fast... der einzige Schwung ausgab. Nein! Sack. Der Sack. Der Sack. Haha. Ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht. Boah. Ich krieg ihn nicht. Alter. Weißt du was? Weißt du was? Oh mein Gott! Woher? Woher? Diese Sacklose. Der Sacklose. Der Sacklose. Der Sacklose. Der Sacklose. Der Sacklose. Ja Trickshots. Wenn ich es nicht schaffe. Ah! War kein Dis. War... Ich hab mich selbst gedisst. Danke für den Selbstgedisst. Was? Ich hab mich gerade eben selbst getestet. Aha! Das war endlich diese Woche. Ich hab ihn! Nein, Mann! Boah! Ey! Geht ja gar nicht hier. Hier geht die Post ab. Ey! Heil mich! Heil mich! Ey! Wenn du mich jetzt nicht heilst, schlag dir einen auf... Ey! 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 Das ist nicht dein Ernst! Ich wette, er kann nicht mal bearbeiten! Ja! Ich kenne Apocall! Ja! Bruder! Bruder! Du bist... Heard! Du Heard! Oh mein Gott! Das ist der Held! Nein! Nein! Das war meine Beute! Okay! Die wollten was auf die Nase. Die kriegen was auf die Nase. Die kriegen was auf die Nase. Oh nein! Jetzt gibt ihm Schik Schach Schrik! jetzt aber sie schlag kraschli ja eigentlich ist es wieder am start start der arti das habe ich ja von dir erwartet nein ich hatte diese schick schaschlik brattant schreibt jeder cool sehr mega cool also muss ich da dir zugestimmt verkaufen und er für diesen neuen skin kaufen stimmt mal den kommentaren ab die mehrheit gewinnt oh mein gott muss alle stumm schalten was was jetzt mache ich erstelle jetzt eine party weil ich hasse das wenn sie über mich lässt dann party erstellen party privat okay schick schack schaschlik ist er ich habe in der luft geschossen was ich jetzt mache an hinten nein chik schack schaschlik chik schack schaschlik ich getildet und was mache ich da ich bin einer vorsteller und was machst du da ich denke an bausteller schreibt mal wenn ihr fort mal spielt wer euer vorbild ist also wem ihr auf youtube oder so immer guckt immer guckt kein video aus was doch das war ein plan aber sagt mal irgendjemanden den jahren mit skr 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 ich habe nicht gar tic schock schluck ist gute kiste wirst du mit mir spielen schick schock schluck ist da ich will die pränke ich will alle pranken hier sind diese wenn ihr euch fragt wo die sind die sind hier und letzte woche war das noch offen und jetzt ist es zu ist mega ist mega scheiße die wurden alle dahin transportiert ich hole mir noch einen stein und dann haue ich ab ja hallo nervt nicht vielleicht nach der runde kann ich mit hier spielen ich wollte bauen nein die tic 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 t schweiß, 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 schweiß. Tschick, tschock, schschlick, er ist da. Wie viele Zusehauer sind wir? Zwei. Nein, wir sind nur zwei. Komm, teilt diesen Livestream. Liked und abonniert. Und macht Glocke aktiv, damit ihr Videos nicht verpasst von mir, von mir, von wem denn sonst und ich wette irgendjemand, irgendein Bastard schreibt jetzt ähm, doch damit den damit wir warte, wir sollen die die Videos von Standardskill gucken die sind mega geil ich guck auch Standardskill, das ist mein Vorbild aber aber auf jeden Fall bei Dusty wurde im also in diesem Meteor der so leuchtet ist abgekühlt und da wurde reingebohrt und da ist jetzt so eine silberne Kapsel auf jeden Fall ich zeig euch gleich den Day also den täglichen also ich zeig euch den Shop, der sich immer ändert ja da seh ich wieder einen ok jetzt wird Point Zeit ich kann pranken das wird mega witzig ich schieße so und die so hä, woher kommen die ist bereit oh da trifft man ja immer Respekt man die laufen da einfach nur rum ey hat mich erwischt das hasse ich nein nein mein ist gar mein ist gar mein ist gar schick 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 ist wieder am start oder wenn die so schick ich war ja so gar nicht auf jeden fall guckt ich hier den daily shop ich zeige euch den rest gleich hier also ich finde den mega geil mega geil ich hole den skin glaube ich die lilan stadt der kämpferin also fahrtbombaren finde ich richtig eigentlich zeig euch heute das industrie aber sonst habe ich euch das täglich erklärt was wir heute machen auf jeden fall lag es ist ein leichter teilt dieses video m check ins daraus da ist nicht pushy tv alles klein und dann ja bleibt abonniert bei 50 abonnenten verlose ich ein playstation gutschein und da gibt es ein spezial spezial video spezial video ein spezial ja man ja man kann es sein dass die ganze zeit nur ja man sage oder ja man meine chest meine chest hat er hat er schon nein ich mache pranks mit c4 ich mache schick 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 alles klar alles klar alles ist klar alles ist am start alles ist klar ich finde deine truhe die türk schick 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 schee schreibt mal was in die kommentare wer die ganze zeit in den kommentaren schreibt und das ganze video das macht dann der wird heftig gegrüßt heftig für dick gerüst heftig und teilen und abonnieren leiden man muss alles war ich hab die besiegt habe ich ihm schaden gemacht alter ich dachte ich könnte ich habe aber ich wollte nicht dass mein team mitmachen mein kirk schaschig schaschig elumen eidet ja vielen dank wenn ihr fahrt wenn ihr euch fragt wie sich piste gehabt haben für die challenges oder ist wieder dieser tic 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 die wollten es auf die harte tun die kriegen es aber auf die weist da ich habe es wird schick tic 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 das Vampire confirm gern das ähnlich Schild hier reingezogen. Jetzt bin ich Superman, Mann. Superman bin ich! Hab ich voll schick, 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 guck mal. Oh, hab ich mega... Oh mein Gott, woher, woher? Woher? Komm ihr, wenn ihr zermäxeltet, wenn ihr ihn nicht mäxeltet, dann bin ich sauer auf euch. Saue und Co. Ja, geh ihn doch! Arme, nein, ey, arme, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, das sind spannende Schmerz, das ist zwar nicht, aber egal. Hielt mich doch! Ey, ich hab wenig Leben! Heil mich doch! Ehren, Ehrenmann, 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 Türki, Türki, Ja, 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 Türki, Türki. Dam, da, dum, da. Für dich gibt es erstmal ein Lied. Boom, shakalaka. Ich danke dir sehr doll, danke, danke, du kleiner, sackloses Haar. Du kleiner, piep, piep. Ja, ich danke dir. Du kleiner, in Ordnung, schenkul tier. Du kleiner, schenkulier. Ären, sie gerne lei, schenkulier. Ja, hey, schenkulier. Ja, ich hab wenig. Ja, ich hab wenig. Fisch Nein Hoverly I can't Fly, how early I can touch the sky. Ich trink noch einen Schlup. Was ist das eigentlich? Äh, ich hab keinen Ahnung, weil... Weil es zu auffällig ist. Also man sieht den anderen da. Das finde ich so kacke, wenn man im Busch ist oder so, keine Ahnung. Für Camper. Eher mal Rucksack abnehmen. Nein, nein, das war kein... Ich soll keine Camper geben. Ich geh hier. Ich geh auch. Mein AIM! Sieht ihr mein AIM? So bam, 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 bam. Brauch ich hier gar nicht. Kein Kischmich, kein Kischmich, kein Schöschlick. Nein! Nur noch ein Zuschauer. Kein Kischmich, das Schlick wird mit euch gemacht. Allen. Allen. Allen Kischmich, das Schlick. Nein, das war ein Scherz. Guckt vorbei auf Instagram. Auf. Und teilt diesen Livestream, bitte. Ich teile ihn auch. Dann ist es doch gerecht. Jeder teilt ihn. Und dann bist du nicht ein Außenseiter. Ja. Außer wenn du so blöd bist und ihn nicht teilst. Teilen. Oder nicht teilen. Teilt ihn auf WhatsApp. Das ist eure Hausaufgabe. Ja, Sniper! Das brauche ich, ey, Bruder! Bratan, ey! Bratan ist am Start, Mann! Schreibt in die Kommentare wenn ihr auch am Start seid. Wuuu! Amena! 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 Geile Weiber! Oh mein Gott! hallo ist alles abgelootet das finde ich aber jetzt richtig blöd nein das war meine letzte chance ja tic 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 schlick ich mache hier sportmann ihr wartet jetzt sorry war zu stark für dich dass du kaputt gegangen bist vielleicht beim nächsten mal ja ja auf jeden fall check diesen instagramer was ist los was ist hier los ich snipe sie alle und dann tic 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 schlick alles ist damals schon alles ist da brotten brotten im märkten 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 brotten 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 br Sexuality Bam, 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 bam. Wenn ihr Nebenstimmen hört, sorry, das sind meine Eltern. Oh, wir haben an Abonnenten zugenommen, 17 Abonnenten, haben fast die 20 Abonnenten geknackt, Alter, was passiert hier? Nein, bist du blöd? Ich wurde jetzt zick-zack-schaschlickt, aber ich ziehe es jetzt durch. Bam, zick-zack-schaschlickt, oh mein Gott. Okay, da werde ich dich mal anlegen. Wo ist er? Nein! Nein! Ich kann nicht später wiederkommen. Oh mein Gott. Blah, 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 blah. Oh mein Gott. Mann, ey, was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ja, heile mich! Heile mich! Mann! Ey, sei ehren, Mann! 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 Dann rasieren wir jetzt. Die wollten das so. Die kriegen das. Die wollten das so. Die wollten das so. Tschick, tschack, tschack, leck mal. Tschick, tschack, tschack, leck alles da. Wie lange hast du mich? schon ich bin erst mal nur 30 minuten das heutzutage ab die Brille Ich habe nur noch ein paar. Ich bin hier. Aminae. Das wird erst mal gedanzt. Zwei Zuschauer, super. Sag dich doch, geht doch. Ich kann nicht springen, oh mein Gott. Alle springen und ich nicht. Ich bin so ein Auszeiter. Oh nein, ich hab verschlafen, ich hab kurz was gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob. Oh mein Gott. Mann ey, oh mein Gott. Was passiert hier? Das ist der Troll. Ja, danke. Oh danke, du bist echt nett. Das ist der Rolling. Ja, ich bekomme keine Pump. Keine Pump. Ich brauch eh nur eine Pump. Und das vielleicht auch. Oh. Da war noch ne Chest. Äh. Ja. Ich bekomme immer ne Sniper. Und das. Und das. Oh. Ich bekomme ne Sniper. Ich bekomme alles. Ich bekomme alle Sniper. Ich kann alles aufzuhören. Ich bekomme alle Sniper. Ich bin es nicht sehr sicher. aber kommt diese tschick-tschack-schasch-lick-gegnung warte die müssten da sein da Schau, schau, schläg! Oh! Oh! Nein! Ja! Nein! Oh! Oh! Ja, Hauptsache! Was mache ich hier? Oh! 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 okay weiß wo dieser schick 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 ich gehe jetzt so in angriff ja 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 ich sagte euch sagt es er hat mich einfach nicht gesehen was war das es Was ist das? 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 Oh my god Ach, darunter mache ich auf jeden Fall. Sorry, deswegen ist es halt spät. Ja. Ja. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Das ist das? Okay. Okay. Ja, was ist das? Und da? Die zweite Woche ist das? Abonnieren. Und was ist das? Te? Ja. 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 Das ist das? Das ist das? Ja. Ja.